Zweiter Platz im Gesamte-Leges Vierter für den heutigen Bewerb Franz Leischmann aus Österreich. Sie zog von Leischmann. Der Rest sind vorgereiht und haben bereits eingepackt. Die Stadtmann 60 aus der Schweiz. Von Eddy, Sebastian mit Beiratungsergebnis Hans Von Eddy und Nancy Lott, seinen vier Zehnjähriger. Frau Rache, 17er Platz in der Dressur, gestern er nach 16er Platz. Das ist ein BDW-Künftcenter. Ja, ich bin gerade in der Dressur, in der Dressur. Frau Rache, 17er Platz in der Dressur, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020